Tau-Tau-Tau-Tau United? 2 A-Unit Aber nein, Bär, ich habe einen Bär, ich sehe aus wie Miss Pinkie Aber da hallelujah!' Noe, habe ich gut gemacht Also Leute wir spielen hier ein bisschen Virusverbreiten die nachtenden Hintern Ihr seht euern Charakter, ne, die Scheisse hier grade Ich habe ähh First Person aber ja ja Ja. Oder meinst du, wenn man ein Zombie-Schwacker-Dombie ist? Geht doch mal weg! Ihr dürft doch nicht immer so dicht sein. Wenn ihr Zombie seid, dann habt ihr ja gleich gewonnen. Wo denn? Also, Timmy's ist nicht gut. Nee, noch nicht. Es ist auch noch keiner. Es ist noch keiner. Komm, hörst du denn? Du bist doch ein bisschen tot. Du bist doch ein bisschen tot. Schitt, 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 schitt! Juna! Jetzt ist ja ein bisschen unliegend. Wo ist sie? Wo ist sie? Also, wer jagt denn jetzt eigentlich? Jagen wir sie oder sie uns? Hä, hä, hä? Alles klar! Alter! Alter, das gibt's doch nicht. Hau ab! Los, Timmy! Lass uns das Fleisch von den Knochen uns holen! Ah, yeah! Ich erwischte nicht! Die ist zu schnell! So? Oh! Ah! Wo ist sie? Oh, scheiße! Hallo! Ah, wir haben das Fleisch! Ah, wir haben das Fleisch! Oh, Mann, ey! Hallo! 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 Warum schießt du auf mich? Oh! Reflex! Hallo! Ich hab mich getarnt wie Miss Pinky! Was? Kann gar nicht sein! Doch! Ich seh genauso aus wie du! Ich bin eine Frau! Ey! Werli! Was für ein Hinsand, ey! Was für ein Hinsand, ey! Was für ein Hinsand, ey! Wo gehen denn deine Beine hin? Nein! Jaaa! Du brauchst einen kleinen Schlag, damit du mich erwischst, ey! Na, wurscht! Ich schwörte dich! 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 Jaaa! Scheiße! Jawoll! Er hat mir den Kopf weggeschossen! Oh, bist du halt! Oh, bist du halt der Kopflose? Ah, ha! Komm, sie kriegen wir! Wo ist er? Lauf schnell! Ich bin der fast kopflose Nick! Haha! Wir echt weggerät von uns! Ja, ja! Na komm, ey! Das ist doch nimmer normal! Das ist ganz genauso schnell wie ich! Wir spielen uns heute ein bisschen anders! Oh, was? Jaaa! 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 Komm her! Komm her! Komm her! Jetzt muss ich dich angreifen! Jaaa! 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 Was ist da los? Jaaa! 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 Schade, dass du nicht mit den Joe spielst! Ah, ich bin mal ganz ehrlich! Ich muss aber zugeben, dass die, dass die Maus ziemlich schnell links, rechts, äh... Jaaa! Ein bisschen! Ein bisschen! Deswegen versuche ich die Maus eigentlich recht ruhig zu halten! TNT! Na 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 na! Wie scherz ich das sein! Keine Ahnung! Nee! Egal! Ah! Kommt her! Leute! Oh! Danke! Oh! Weggeknallt die, Alte! Oh Gott! Oh Gott! Ey! Was war das? Nö! Muss niesen! Kann ich gucken! Muss niesen! Kann ich gucken! Jetzt bin ich sauer! Wo seid ihr denn? Leute! Ich bin dumm! Weg! Weiß weg! Weg! Ich hab ihn berettet! Ich hör das schon! Dann komm dich weg! Ich such sie! Hier ist 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 sie! Komm her! Sie hört mich! Na ja, du holst mich! Hä? Ne? Ach komm! Ja! Können wir über alles reden? Nein! Wo ist sie denn? Wir helfen! Wir helfen! Das gibt's auch gar nicht! Haben sie! Das gibt's auch gar nicht! Was liegt denn hier? Ah! Das ist eine Bombe! Boah! Das ist eine Bombe! Aber ich weiß nicht, wie man die endet! Pinky ist sauer! Keine Ahnung! Ja! Die Olle ist sauer! Oh Gott! Nein! Bleib doch mal stehen, Mann! Die ist halt! Ich krieg euch! Boah! Die fällt auf mir! Nein! Scheiße! Ich hab mich gekriegt, ey! Komm schon! Komm schon! Ich will nicht! Komm her! Ich will nicht! Ach, verdammt! Schade! Haha! Ich hab mich versteckt! Ja, das Problem ist, du kannst dich nicht verstecken! Man sieht dich! Ja! 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 Ich bin die ganze Zeit ganz weit weggelaufen von hier! Hallo, Juna! Kann man nicht mit Rechtzykseln? Anscheinend ... Bababoooooam! Eh bapbapapapapum! Wer Eroi war noch glaub ich kein Starter, ne? Ja! Nö! Das sind Gerüchte. Bleib weg von mir! Alter, vom Weitom sieht man hauptsächlich deine Augen, ne? Jahaa! Das ist ne ich doch! Timmis,rollo compliance! Ich dachte direkt wieder Пинки! Wow! Von hinten! Leute! من hinten! so ich zitter nicht die ganze zeit beim schießen ich glaube ganz ruhig ja es ist so blöd wenn man gleich jemanden sieht kannst du um die ecke direkt ziehen oh gott oh gott hier kommen sie beide kommen sie beide 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 ok 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 vorsichtig hinter dir danke ich habe keine waffe Oh, verdammt, ich hatte keine Muni mehr für die gute Waffe. Yay, Sunshine, yay! Was war das denn? Ah, kriegt sie mich eh nicht. Komm her, du! Ah, gut. Hab ich dich erwischt! Das hat ihn sehr gut! Da ist er grad ums Eckern umgekommen. Was wird ein bisschen gezogen? Ja, ein bisschen in die Hosen geschissen. Oh, bisschen unter Umständen. Oh, mal unter ein... Oh! Was ist das für ein Leuchtding? Das will ich jetzt mal wissen. Ja, hier kommt mal so ein Leuchtding. Okay, ich hab mal. Ich hab auch so ein Leuchtding. Oh! Geil! Was? Oh man, das Ding hat... das muss man... Wartet mal, was ist denn? Hi! Also die Waffe ist scheiße. Okay. Die Waffe ist absoluter Mist. Einmal und dann musst du manuell nachladen mit R drücken. Äh, von alleine lädt die nicht nach. Das ist... Scheiße. Oh nö, nicht schon wieder so eine komische... Aber wieso gibt's hier keinen Springen oder so? Ich bin so ein Kuckuck. Ich müsste eigentlich mit dem Kamehameha euch alle fertig machen. Die ganze Gebäude müsste eigentlich kaputt gehen. Oder das machen wir kein Springen. Eine Genke, ne Genke Därme. Ähm... Yeah, oder, 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 oder? Du bist das Penke, du bist das Penke! Nein! Berli ist es! Wo ist er? Ich war relaxed, also ... Da hinten kommt doch! Da hinten ist er. Andere Seite. Guck mal, wie er aufbaut, ey. Er kommt in der Mitte jetzt. Wuh, er kommt tatsächlich wieder in der Mitte! Alter Scheiße! Alter Scheiße! Was soll das? Ey, wie kommt man da rein? Ich bin drin! Scheiße! Die Waffe war beschissen, was ich hatte! Oh Gott, ey! Ein, zwei, Perli kommt vorbei! Drei, vier! Wer steht schon vor der Tür? Fünf, sechs, er will nur Popo-Sex! Was? Was? Oh Gott, das war zu still! Gewonnen! Fertig! We turn to Menü! Und zwar werden wir nämlich jetzt in die nächste Map in der nächsten Folge natürlich reingehen, also schaut wieder vorbei. Bis dahin, macht's gut! Tschüss! Hallo, ich bin Perli! Hallo, ich bin Perli! Hallo! Ich bin Perli!